Wilma, Wilma. Herzlich willkommen zu unserem zweiten Wintervlog unterwegs in Bewerungen auf dem Radweg. Wir sehen, der Schnee ist sehr tief. Wir zeigen es an Wilmas Pfötchen. Ihr habt es gesehen. Wir haben hier 30 Zentimeter Neuschnee und anstatt wie heute früh, wo Wilma gesagt hat, sie will nicht weitergehen, wo sie nur gekeckert und gepipit hat, ist sie jetzt im Gegensatz zu von heute Morgen eifrig dabei, vor mir wegzulaufen. Natürlich ohne Leine sind ja auch keine anderen Hunde in der Nähe. Ihr geht super. Ne Mausi? Ja, ich mache mal ein schönes Wintervideo für euch. Untertitelung des ZDF, 2020 Das war die Bis zum nächsten Mal.